Oh, neue 50 Kfix und 35er. Dann gucken wir mal, was für SBCs gekommen sind. Footmiss Challenge, die waren gestern schon da. Ist gar nichts gekommen? Aber es wäre auch typisch L.A. Man lobt sie und dann ist Freitag 19 Uhr und es kommt nichts. Liegen SBC Premier League? Oh. Niemals. Bro. Niemals. Bro. Niemals. Niemals. Chat, kommt vorbei. EA Sports hat mit Abstand die beste SBC aller Zeiten gedroppt. Gönnt euch. Bro, ich werde ihn direkt machen. Halt dein Maul. Ich muss mein Weekend League Team umbauen. Hat der noch Forster Skills? Hat der noch Forster Skills? LOL. Max Meier League SBC Hals Maul. Wo ist mein Weltklasse Emote? Wo ist mein Max Meier Weltklasse Emote? Bro, was ein fucking Ehrenmann. LOL. Aber die Verteidigerkarte sieht auch extremst geil aus, ne? Alter. Ist ein geiler Link, Argentinier Innenverteidiger Premier League. Mal for real. Der Innenverteidiger hat auch geile Stats. Ah, da werden wir reinschwitzen in den Max Meier. Die haben einfach ne Max Meier SBC gebracht. Die haben einfach ne Max Meier SBC gebracht. Junge, wir gehen direkt rein. EA ist Real Rap die beste Firma. Eigentlich hab ich auch gerade nur die Firma gelobt. Weil ich halt wusste, dass die Max Meier SBC bringen. Die haben ne Max Meier SBC gebracht. Digga, und ich glaube, ich kann jeden Verein... Ich glaube, ich muss keinen einzigen Spieler kaufen aus der Premier League. Ich glaube, ich hab alles. Der hat 95 Euro. Ey, wie sick ist das denn? Ey, Jungs, nächstes Wochenende. Wir spielen auf jeden Fall ne Weekend League mit Max Meier. Damit das einmal klar ist. Nächstes Wochenende, wir spielen Weekend League mit Max Meier. Das... Lol. Eigentlich muss ich den in dem Team schon einbauen. Aber wie? Kann ich nicht einbauen. Ey, ich muss eigentlich das Team umändern. Digga, die haben Max Meier gebracht. Alter, der hat aber für... Digga, der hat eigentlich gute Stats. 94 Beweglichkeit, 93 Ballons. Der könnte sich sogar gut zocken mit 95 Ausdauer. Digga, der könnte sich halt echt extremst gut zocken lassen. Die Ingame-Stats sind übel gut. Digga, Hals, Maul. Hals, Maul. Hals, Maul. Hals. Ey, ich komme aus Flachen nicht mehr raus. Ohne Spaß. Wie geil ist das denn bitte? Mukai, mit dir diskutiere ich nicht. Es ist Max Meier. Liegen SPC rausgegangen. Rausgekommen. Ich bin glücklich. Ich diskutiere mit dir jetzt nicht darüber, dass Max Meier-Ligen SPC gerade rausgekommen ist. Junge, was ist das für eine Ehrenmann-Fier... Und ich schwöre auf meine Mutter. Ich wusste das nicht. Ich weiß solche Sachen nicht. Solche Sachen verrät mir EA Sports nicht. Ich weiß sowas nicht. Sowas wissen Game Changer auch nicht. EA Sports fährt bei sowas die kompletten Filme. Ich hatte letztes Jahr eine Kooperation mit EA Sports zum Team of the Year. Und die haben mir trotzdem nicht verraten, wann das Team of the Year losgeht. Ohne, wir wollen nicht, dass unser Content-Plan geleakt wird. Ich weiß sowas nicht. Die gönnen bei sowas keine Informationen. Und der kommt einfach. Digga, hätte ich das gewusst, ne? Ey, sorry, dass ich gerade so feiere. Aber ich muss feiern. Es tut mir leid, das ist einfach zu gut. Das ist ja legit einfach mal der beste Move, den EA Sports jemals gemacht hat in ihrem Scheißleben. Okay. Also das erste Duel-Video und 2020 wird auf jeden Fall ein SBBO Max Meier. Dass wir uns da mal kurz einig sind. Steini wird sich aufräumen. Der hat gar nicht den Bezug zu Max Meier wie ich. Der soll z' Maul halten. Das ist mein Spieler. Max Meier, Alter. Ich komme nicht klar. Und ich kann einfach hier komplett alles einfach abschicken. Viel Spaß bei Norwich und Sheffield. 50er-Dote, wenn du alle Spieler im Verein hast. Okay. Ist ein Deal. Sheffield und Norwich. Junge, ich habe bis jetzt, glaube ich, einen Spieler gekauft, ne? Ich habe bis jetzt einen Spieler gekauft und ich habe fast alles durch. Okay, so. Muka, was hast du gesagt? Norwich und Sheffield waren die Aids-Vereine, ne? Wo es ekelhaft wird. Oh Gott. Ich kriege nur 50er Doni, wenn ich alle Spieler von denen habe. Norwich. Komm, gönnen. Ich brauche die Doni. Habe ich einen normalen Puck hier im Verein? Habe ich einen normalen Puck hier im Verein? Habe ich einen normalen Puck hier im Verein? Nein, mir fehlt ein Spieler. Nein! 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 Ja! Passt das, wenn ich ummode? Passt das, wenn ich ummode? Fuck! Nein, ich habe zu viele Keeper. Warte mal, wenn ich ihn zu RAV mache, hat er mehr, oder? Nein! Nein! Der kriegt plus 7. Dann habe ich 88. Nein! Nein! Ich komme nicht auf genug Chemie. Ich muss einen kaufen. Ich komme nicht auf Chemie. So ein Dreck. Aber ey! Eigentlich, eigentlich habe ich 11 Spieler. Lässt du mir noch den Versuch mit Sheffield? Kriege ich noch die Chance bei Sheffield? Ich kriege noch den Versuch bei Sheffield. Okay. Weil ich hatte eigentlich 11 Spieler. Muss auch mal so sehen. Digga, ich mache alles für die 50er-Doni. Apfelkuchen lang für den Support. Oh Gott! 11 Spieler von Sheffield. Die rasieren zwar aktuell ganz gut in der Liga, aber... Ah! Ah! Für die Doni! Nein! Nein, versagt. Oh Mann! Nein! Okay, mir fehlen 4 Spieler. Ist deutlich, ist deutlich. Muka, IGG geht raus. Der geht an dich. Aber ich habe mein Bestes gegeben, Chat. Ich habe mein Bestes für die 50er-Doni gegeben. Let's go! Ey, ich möchte, dass ihr mich bei Instagram in der Story markiert. Und dass ihr mich auf Twitter markiert. Ich will von diesem epischen Moment ein Bild haben. Ich möchte von diesem epischen Moment, wo dieser Typ jetzt seine Walkout-Animation macht. Wobei, der macht gar keine Walkout-Animation, oder? Ich möchte trotzdem ein Bild davon haben. Ehre! Ehrenhafteste SBC im ganzen fucking Jahr 2019. EA Sports hat es geschafft, vier Tage vor dem neuen Jahrzehnt die beste SBC des Jahrzehnts rauszuhauen. Kuss, Bruder. Kuss! Markiert Max Meier und mich in seiner Story. Also, nee. In eurer Story mich und Max Meier. Ja, pusht Max Meier auf Instagram. Er ist Ehrenmann. Der hat gute Stats! Der hat gute Stats, der fucking Ehrenmann. Junge, ohne Spaß. Wir rasieren mit dem die Weekend League durch, ne? Wenn ich kein Team um den bauen kann, ich wechsle den aus und mache alle kaputt. Ich wechsle den ein. Äh, nee. Nicht wechsle ich aus. Ich wechsle den ein und mache alle kaputt. Ich wechsle den ein und mache alle kaputt.